Oh, tut mir leid, hab ich dich geweckt? Oh, du, hätt ich wissen sollen. Widerlust, du, Mike! Graf Widerlust für dich, kleiner Mann. Herr des Übellandes, Schrecken von Niedlingen und bald oberste Herrscher der Welt. Also bitte, ein wenig mehr Respekt. Au! Wo, wo bin ich? Wo? In unserem Kerl, natürlich. Ich hoffe doch, die Unterbringung konveniert. Ich versuche wirklich, meinen Gästen die Unbequemlichkeit zu bieten, die sie verdienen. Ich habe einen Ruf zu verlieren, weißt du? Was wirst du von mir? Wollen? Von dir? Nichts. Du hast schon genug getan. Mal Block. Aber sag mal, hast du wirklich geglaubt, du stinkender Müllsack? Könntest einfach in meine Welt gelatscht kommen, mal kurz mit links meine Weltherrschaftspläne ruinieren und dann abreiten zum Horizont? Böser Erdung. Nein, 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 danke. Ich habe schon im Büro gespendet. Niedlich, nicht wahr? Sie enthält einen kleinen Cocktail, den ich selbst kreiert habe. Ganz simpel ausgedrückt könnte man ihn beschreiben als Mutagen-Tinte. Ich will dein Micker-Gehirn nicht überlasten. Stell dir einfach vor, dass sich das Serum durch deinen Körper vorarbeitet und dabei den Malblock, den wir alle kennen und verabscheuen, in einen Ton verwandelt. Kraftlos, verletzlich und gefangen in meiner Welt auf ewig. Du wirst mir nichts von dem Zeug injizieren, Widerlus. Oh, bravo. Endlich mal hast du rundherum recht. Das werde ich nicht. Das habe ich auch. Tut mir leid, aber ich finde das alles so überaus amüsant. Oh ja, ich weiß. Ich kann so ein böser Stecher sein. Ich komme hier raus, Widerlus. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, mein lieber Mr. Block, da würde ich nicht darauf hoffen. Selbst wenn du es schaffst und windest dich aus deiner Spezialzelle, dann hast du noch ein ganzes Schloss voll grausamer Wachen vor dir. Du würdest einfach sterben, wenn du sie treffst. Was mögliche Wege aus dem Schloss betrifft. Naja, ich garantiere, ein Sturz in die umliegenden Gewässer wäre bestimmt atemberaubend. Also, wenn ich nicht irgendetwas übersehe, etwa ein paar einziehbare Flügel auf deinem zerbrechlichen Rücken, würde ich empfehlen, du entspannst dich wie ein ganz braver Junge und lässt das Muttergen in Ruhe seine Arbeit tun. Du Monster. Während ich den Nidifizierer zerstöre. Was? Sag mir nur, wo er ist und ich überlasse dich völlig deiner unschönen Transformation. Ich soll dir den Standort der Maschine verraten? Also, das ist wirklich sehr hausam. Wirklich? Dann sagst du es vielleicht lieber. Mir. Jetzt! Nimm deine Hände weg von mir. Was ist denn? Noch nie Katzenaugen gesehen? Und jetzt, Mr. Block, der Nidifizierer. Wo? Als die Maschine das Schloss von König Nick verließ, flog sie westwärts. Sie sollte jetzt an der Grenze von Nidlingen sein und geradewegs hierher kommen. Und will Steuer diese infernalische Erfindung? Mein Freund, Flachs wie wild. Oh, wie praktisch. Ich vernichte die Maschine und den lästigen Trickreicher. Alles auf einen einzigen Schlag. Ein vielversprechender Start unserer Partnerschaft, Mr. Block. Willkommen im Team. Vielen Dank, Meister. Ich werde euch gut dienen, bis ich mich davon mache. Aufsässer! Nein! Missgunst! Schnell! Schaut in die Zukunft! Ich muss sie kennen! Ich sehe... Ja? Ja? Sagt mir, was ihr seht! Ich sehe... Mal, Block, bleibt für immer euer Gefangener. Ja... Es sei denn... Es sei denn? Es sei denn? Es sei denn, was? Er bleibt euer Gefangener, es sei denn, ein lebloser Ritter wandelt, ein toter Vogel erhebt sich in Flammen und ich selbst gehorche seinem Befehl. Unmöglich! So etwas Absurdes wird niemals passieren. Natürlich, mein Herrscher. Ja, natürlich. Trotzdem werde ich weitere Vorken treffen. Keine falschen Hoffnungen. Ich persönlich hole deinen Freund vom Himmel. Und was dich betrifft, Schlafwitze, dein Leben wird unsagbar grausam sein als mein gehorsamer Sklave. Träume Süßes!